Der Polizist hat erstellt, dass meine Frau sehr lange lieb hat. Na? An jedes Paar? Das ist ja ungräulich. Ich sage, es ist der erotische Vorliegen, worauf ich bin, eigentlich. Der erotische Vorliegen? Ja, wie denn? Wo waren das? Das wüsste ich doch. Nein, natürlich, wo sonst was. Das kommt ja nicht in Frühling. Das wäre so aufgefallen. Hier waren sie darunter alleine. Nein. Nein, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein.